Junge, hier landet so viel Airport, ne. Hier landet so viel Airport, Digga. Ich bin ja in deinem Flugzeug. Hab ihn. Einer knocked und finished. Noch einer hier bei mir draußen. Bin da. Hinter mir jetzt. Ist cracked. Go, go, go. Hab ihn. Stopp. Donnerstag leider nicht. Ich weiß nicht, wer das so geplant hat. Also Donnerstag ist ja ein Rivals. Und das startet halt um einfach 16 Uhr. Ich bin um 16 Uhr arbeiten. Das ging glaube ich auf vielen so. Deswegen kann ich aber leider auch nicht teilnehmen. Unten ist einer Rein, Digga. Der hatte 1 HP. Und Airport kommt. Unten an der Mauer. Knocked. Top, ich geh hin. Push auch über links, aber außen. Hinter mir. Och ne. Flugzeuge. Ah, die werden abgeschossen. Bin, ah. Die Flugzeuge noch im Team. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Mit Feuerpump ist er schon drin, Digga. Ahaha. Let's go. Junge. Vor allem irgendwie alle, alle Feuerpump-Spieler mit Damaskus. Er kommt rein, springt nur rum und schießt aus der Hüfte und killt mich, Digga. Neue Runde, Digga. Let's go. Ja, wir müssen halt echt im Loadout kommen. Da hast du vorher gesehen, mit Loadout läuft's dann halt. Dann kannst du halt auch snipen und dann ist egal, ob das 2 oder 3 oder 4 sind. Hier kommt noch einer. Das Mark, das Ping. Backed Knocked. Noch einer. Auch Knocked. Find ich hier drin. Kill bekommen. Anderes Dach hinten, Vorsicht. Unter uns, unter uns. Knocked. Ich hab noch eine Plattentasche. Ich hab noch eine Plattentasche. Lege ich mir hier. Ich hab acht Stück. Genau. Close Bonds. Einer Knocked. Einer Finish. Unten einer Knocked. Äh, Shitbreak. Zwei noch da unten. Das war auch da, oder? Ja. Ja. Komm mal nicht drüber. Die andere Seite runter. Komm mal von beiden Seiten. Da hat sich eine U-Bahn grad weggefahren. Einer Knocked da unten. Noch einer Knocked. Beide da unten. Ja. Oh, nice. Was für eine Party ging hier unten im BDL? Einer down. Na schön. Oh. 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 Da. Fuck. Hab ihn. Habt ihr den Arsch gerettet? Alles gut. Ich hab dich. Dann kann sie nach hinten durch. Wir können jetzt mal probieren, das mache ich, um loadout zu gehen und Sky Stuhlen. Ist... Hier ist doch noch Panzertasche und 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 ne? Da ist Maske. Ich hab alles soweit euch. Wo? Da vorne. Openfield war da gerade. Da ist gerade über die Straße. Das war echt ein Ghost. Ja. Brauchen wir das wie toll. Vielleicht hier noch kurz an den Shop hinfahren? Äh, ja. Ja. Auf jeden Fall. Du durf doch hier in die Richtung laufen. Du durf klar über die Ecke kommen. Ja. Der oben, der fliegt. Der geht da zum loadout. Da auch schon einen? Ja. Okay. Dann kann ich den anderen beim loadout abaimen. Knockt am loadout. Noch einer am loadout. Noch einem knockdown. Knockt am loadout. So. Alle down. Schussverkauf. Äh. Lass zum Shop kurz, oder? Jo. Die haben Drohne gezogen. Aufpassen. Ich habe begeistert. Einer knocked. Ich sehe keinen. Ich sehe, Digga, der Shop rendert halt nicht mehr bei mir. What the fuck, man. Aber ein. Das rendert alles nicht bei mir. Jetzt. Wow. Der Rest wurde halt gerätzt, glaube ich. Bei mir auf dem Dach. Knockt. Und ein Airport. Einer geht jetzt zum loadout ran. Da unten. Habe ihn. Hier oben. Ja, ein Hit. Ich treffe nichts, Mann. Was für eine Scheiße. Wieso treffe ich gerade nichts? Morte Hari, moin. Vorsicht, bist du alleine, ne? Ich gehe mal hier aufs Dach weiter. Ja, hinter mir noch einer, fuck. Ich muss kurz ab. Ich haue nochmal eine Drohne raus. Oh, hinter dir. Äh, am Superstar. Hab ihn. Ja, hier oben. Ein. Ziel leichter! Pfandliche Drohne über uns! Ah, fuck. Jetzt war meine nehmengeschossen. Jetzt ist irgendwie rein. Ich treffe gerade echt absolut nichts, Mann. Ganz komisch. Mein Sniper kaputt. Muss dich zur Reparaturken. Ja. Ziel leichter! Mein aber auch. Mein aber auch. Ich sag dir das. Der lasert hier unten hin. Einer knock. Finished. Cracked Superstore. Bist du Mute, Digger? Ja, jetzt wieder da. Sorry, da einer nockt. Hier einer nockt. Cluster auf mich, musst du kurz weg. Einer ist noch nockt von denen. Ich hab gut luck. Aber einen nockt wieder auf dem Dach. Einer war von mir noch nockt. Das ist egal, dass die zwei da halt von links kamen. Problem war jetzt gerade, ich hab einen nockt. Der Typ hat, ich wollte ihn finishen. Der hat mit einem HP überlebt, dann musste ich halt hoch. Er hat SafeRace durchgezogen. Währenddessen hab ich noch einen genockt und ihn dann gefinished, aber da kam der dritte Teammate auch. Ich hab auch die ganze Zeit nockt, aber du hast halt immer so scheiß Angles, wenn die da oben gammeln. Ich hab aber doch keinen Ghost, ne? Das heißt, sie sehen, dass Schütze auf mich aus dem Gebirge rechts. Okay. Einer da. Ich seh keinen. Ja, ich seh sie jetzt. Einer Shipwreck. Wo du Live-Markt hast? Ja. Kann das schon mal laufen sonst. Ach, Digga, close schon. Irgendwo an der Brücke. Boah. Ich kassier so dick. Hier oben. Einer nock. Hau hinter mir. Oh. Ach komm, von da hinten jetzt auch noch. Einer nock. Digga, diese Stein-Hitbox, Junge. Das ist der Bizarre. Ich glaube, hier unten im Tunnel jetzt noch einer. Ja. Ne, bin down wahrscheinlich. Wo war der? Links, blauer Marker ungefähr. Kann ich mich vielleicht hochziehen? Digga, die Hitbox von diesen scheiß Steinen schon wieder, Mann, ne? Brauchst du Platten? Ich hab mir Platten-Box. Ne, ist gut, hab 5. Achso. Ich dropp dir hier. Liegt. Da Monti, ne 30-80. Jo. Der ist irgendwo da oben. Ja. Ich bin getroffen. Ich bin noch. Hast du Gasmaske, oder? Ja. Danke. Rechts auch noch ein Auto, aber. Der ist links. Ja. Rechts ein Auto und Fallschirm. Einiges los. Lass dir die Bank nehmen sonst. Ja. Lass mal kurz rein. Rechts ist Nock, downtown. Auf dem Dach. Links im China-Haus. Oh ja. Digga, der Team trifft mich zu gut, Mann. Keine Ahnung. Ja, auf gut aufgestützte Kilo. Das erklärt einiges. Ah. Mach dich vielleicht, Henk-Di. Mach dich vielleicht, Henk-Di. Das geht, Digga. Ja, wie gesagt, so ne 30-80, das wär schon lecker, Leute. Ne? Oh, sogar mit Drop hier. Geil. Da drüben, oh. Im gelben Haus drüben sind welche. Also. Da irgendwo. Scheiße, werde hier beschossen. Mit Feuerpump. Keine Platten, Digga. Ich hab ein paar, ich kann dir was geben. Und Stadium sniped. Die sind close. Ja. Stadium sniped, musst du aufpassen. Ja. Wir müssen halt jetzt irgendwie aufpassen, wo dann hier links. Lass dich abfangen. Ja. Einfach nur abbaimen. Da läuft. Feind markiert. Ach Gott, wie kann ich das daneben, wie kann ich da daneben schießen. Einer lockt von denen. Ja, Stock. Was? Ich werd hier getroffen. Wir müssen laufen. Ich hab keinen Platten mehr. Mit Einsatzschild. Und jetzt, und jetzt. Und halt. Kein Schanksecker. Stadium halt, Kingzone oben. Aber war trotzdem gut. 24 geht's, Platz 4. Ne, wer mit. Ich hab kaum, was der Loser steht in regrette dir heute. Im. Fabian. Obachtarat. Was ist da.